Ein sehr intensives Spiel. Wir haben es richtig gut begonnen, haben die erste große Chance gehabt. Wichtig war, dass wir uns nicht versteckt haben, dass wir unser Spiel versucht haben durchzuziehen, hochanlaufend zu pressen und es hat teilweise richtig gut geklappt. Nicht immer, weil wir wussten auch, mit wem wir zu tun haben, dass es nicht immer möglich ist, alles in erster Instanz zu plänen und erledigen. Das haben die Jungs dann dahinter sehr oft in letzter Instanz geklärt und gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir auch gut begonnen. Wenn man spielt, dann kriegst du einen nicht mit einem wunderschönen Gegentor aus dem Freistoß. Dann geht das in eine andere Richtung und dann kriegst du schnell Zweite. Das war sehr, sehr wichtig, dass die Mannschaft da wieder Charakter und Moral gezeigt hat und sich nicht ergeben hat nach dem schnellen 0-2.